Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man solche Münzen eigentlich mit einfachen Hausmitteln reinigen und vor allem auch wieder zum Glänzen bringen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Hier habe ich als Beispiel jetzt mal ein relativ dreckiges 2-Cent-Stick, wo auch schon relativ viel Grünspann dort ist und dieses möchte ich jetzt einmal sauber machen. Hierfür am besten mal eine Schüssel bzw. auch ein Glas mit normalem Essig füllen. Wichtigerbei, die Münze muss später wirklich komplett in diesem Essig versinken können. Und bei mir ist es jetzt der Fall, dass ich nur noch Essig-Sens zu Hause hatte. Deswegen habe ich zwei Drittel hier mit Wasser befüllt und ein Drittel Essig-Sens hinzugegeben. Nun einen gehäuften Teelöffel Salz nehmen, diesen in unser Essig geben und einfach mal schön vermischen. Damit mein Gemisch von beiden Seiten jetzt optimal wirken kann, habe ich einfach mal eine Pinzette noch zur Hand genommen und außerdem kommt das Gemisch dann nicht an meine Hände. Wenn, dann sollte man auf jeden Fall Handschuhe anziehen. Und jetzt einfach mal das Cent-Stück für knappe 10 Sekunden hier reinhalten. Ich mache es jetzt einmal nur zur Hälfte, damit man den Unterschied gleich viel besser sehen kann. Ich warte also noch kurz ab und schon kann ich mein Cent-Stück hier rausnehmen und wir schauen uns einmal den Unterschied genauer an. Ich hoffe, auch in der Kamera kann man den Unterschied nach ein paar Sekunden wirklich super erkennen. Wichtigerweise ist jetzt nur, dass man das Ganze auf keinen Fall länger als ungefähr 15 Sekunden drin lassen sollte, da sich sonst ein unangenehmer Rotstich bildet und es auch wieder zu einem unschönen Grünspann kommen kann, was wir natürlich nicht haben möchten. Bei stärkeren Verschmutzungen empfiehlt es sich übrigens, dass man das Ganze mal wieder kurz hier in das Gemisch reinhält und dann noch eine alte Zahnbürste zur Hand nimmt und mit dieser hier über die Münze etwas drüber wischt. Hat den Vorteil, dass man mit der Zahnbürste natürlich auch in diese Mini-Einkerbungen schön reinkommt und da auch die Münze noch einmal sauberer wird. Zum Schluss die Münze danach gleich noch in eine weitere Schüssel mit normalem Leitungswasser geben, hier etwas hin und her schwenken, damit das Gemisch wieder abgeht und schon haben wir unsere Münze jetzt auch schon richtig gereinigt. Für solche normalen Geldmünzen ist die Methode meiner Meinung nach auf jeden Fall genial. Wenn du jetzt jedoch historische Geldmünzen hast, dann würde ich die Methode nicht empfehlen, da hierdurch natürlich auch wertsteigende Altersspuren verloren gehen können. Wenn du übrigens begeisterter Münzsammler bist und noch kein so ein Münzsammelalbum besitzt und du hättest vielleicht gerne eins, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellung zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also gerne so ein Album hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu dem Produkt. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.